Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Adirol P.O. und ich willkommen euch zurück zur Let's Play Tales of Zesterea. In der letzten Folge haben wir uns auf die Suche nach dem Pater... wie hieß er nochmal? Pater Bräunor gemacht. Und wir haben einen Herrscher des Landes gesucht und einen gefunden. Sehr schön. Wir haben gegen eine riesige Schlange gekämpft, die glaube ich Wasserspeier heißt, ich habe keine Ahnung. Aber die haben den Wasserspeier genannt, also nehme ich mal an, die heißt auch so. Und ja, ich habe noch gesehen, ich habe hier eine neue Kampfaktion. Hebstoß! Normal, halte nach 2,2 R2 gedrückt, um 1 SA zu verbrauchen. Die Wirkung von Werteverbesserung bei dir zur Verstärkung, zu verhalten, einen Angriff auszuführen, der den Feind zurückwirft. Dann machen wir das. 500 Stöße! Noch ein paar Kämpfe. Erstmal nix hier. Ich habe 600... Ich habe 100 Abwehraufladungen im letzten Part. Okay. Hier ist nicht gedacht. Dann gehen wir jetzt zurück nach Damensee. Unsere allerliebsten Lieblingsstadt. Echt, wir kriegen bald einen Tapetenwechsel. So lange, die ganze Zeit nur in dieser Stadt rumhängen, ne? Die ist zwar schön groß, aber trotzdem. Die Titel haben sich irgendwie nicht weiterentwickelt, also... Weil ich jetzt scheint echt immer nur nach dem Level ab zu sein. Deu! Komm her. Ne? Wo? 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 ich bin jetzt mal dreimal auflade muss nur noch hundertmal machen kampfstiefel halten sehr schön ich muss noch hundertmal hat noch ich habe noch eine freie und freilaufen immer mit auf einer grandinie bewegen mit l2 das stelle ich mir sehr unpraktisch vor na super da ist im kampf bewege ich mich dann so und mich als redukteil kann ich auf eine linie bewegen also mich das jetzt machen finde ich jetzt zweitlich kann man nicht wahrscheinlich das gute ist beim freilaufen tut er glaube ich auch sk und so verlande deswegen lassen wir mal ich war mich wie lange das spiel ist gerade weil wir ja so lange jetzt in damen sie sind haben wir noch relativ wenig gesehen von der welt deswegen könnte es vielleicht sein das spiel noch verdammt dann kann es hat mich auf kampfstiefel bekommen manchmal gucken drei effekte sie gibt es da unten die beiden und du gibst da oben ja nehmen wir den gehen sie vielleicht auch ihre wertverbesserungen also alle werte auf 20 20 er wird eine auch nicht schaden und apfelgummi erhalten ich bin immer tag auf was das mit dem herr stimmt ja hey du sagst nicht jetzt hier mein fingertyp bist übrigens auch nicht mehr hier sehr schön so na das das ist wirklich ein irgendein das ist das ist das ist das ist das ist das ist Ja, der ist okay. Ich finde die Kleidung von dem Typen richtig cool. Ich finde die Kleidung von dem Typen. Ich habe die Kleidung von dem Typen gekauft. Ich habe die Kleidung von dem Typen gekauft. Aber die Kleidung von der Kleidung ist nicht notwendig. Das stimmt. Die Kleidung von der Kleidung ist nicht möglich. Ich habe die Kleidung von der Kleidung von der Kleidung von der Kleidung. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Ich weiß nicht, aber die Kleidung von der Kleidung sind, aber die Kleidung sind nicht. Ich habe die Kleidung von der Kleidung von die Kleidung. Sie ist wohl komplett und ich habe also einen Schaden. Was ist das? Ja. 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 Ich bin offensichtlich böse. Ja. 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 Na klar, hört ihr nicht die Musik? Ja. Äh. Ja. 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 Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Vielen Dank. Ich glaube, das ist das gleiche. Dein Speicherpunkt wird dein Rang automatisch auf das Segnungslevel addiert. Okay. Steigt das Segnungslevel auch zurück auf Gaben mit diversen Effekten? Okay. Herrscher des Landes reiset zum Speicherpunkt. Gebe Galt aus, um Speicherpunkten aus zu gelangen, die du bereits besucht hast. Cool. Gabe einstellen. Aktiviere verschiedene Gaben. Ihre Verfügbarkeit richtet sich nach dem Segnungslevel. Gabe von Gegenständen. Biete Objekte als Gegenleistung für Ränge an. Okay. Das kann ich dir anbieten. Hm. Ich könnte Rüstung ja geben. Gaben, du kannst Gaben aktivieren, um in der Nominis herrscht es zu Landes zu wirken, solange du nicht maximale Gesamtkosten und Begaben überschreitst. Gaben wirken sich auf Kämpfe aus, sowohl, meine Güte. Durch die Erhöhung des Segnungslevels werden sowohl neue Gaben im Zufall, als auch die maximale Gesamtkosten von Gaben erhöht. Du kannst als Segnungslevel durch Erlangen von Rängen im Kämpfen erhöhen. In einer Gegend, der die Bonus aktiviert wurde, kannst du mit Hilfe von Geil zwischen den Sprechpunkt bewegen, die du bereits erreicht hast. Ja. Lass Schatztron ein bisschen Ruhe, nachdem du ihren Inhalt da nicht genommen hast. Dann werden sie sich erneut mit Gegenständen füllen. Okay. Dann sind die aber... Random, ne? Hm. So. Okay. Allerdings wasser als Wasserfall. Du weißt, die Jünger nacht. Ritterstahls alternative Farbe, okay. So, ich dachte... War er das richtiges Angebot? So, ich glaube, ich glaube, dass es nicht so gut ist. Das war's für heute. ich habe nichts anderes ich muss auch irgendwie überleben ich bin ja hier die sachen alle geben ich will aber erst mal geben wenn ich weiß dass ich nichts war verlieren kann erst mal was hat der trost kann ja nicht öffnen da ich habe alternative farbe kommt es hat irgendwie neue dinge was hier ja schon dass er die farbe eine andere war hinter von alicia zwei tage waren dieses mal in eine farbe von heiland es war dank der kraft ist ja von uno ok muss ich gar nicht das steigt maximal kp aller wirklich wir noch mal mal hier im blau ok schön sieht sie genauso aus wie ich ein bisschen nichts mehr da die schatztruhe wurde angezeigt ach warte mal liegt da haben wir mich mit leo jetzt im thema hat die ton angezeigt werden kann natürlich auch seine ich muss nämlich an zum adeligen viertel wir zu ein schloss wenn ich schloss anwesen gehen müssen doch schloss okay nach der große dinge da hinten na gut ein typ ist definitiv bewieser ich weiß es ich weiß Ich bin jetzt in der Zeit. Ich bin jetzt in der Karte. Hier. Ich werde dich von dir ausrufen. habe ich nicht erwartet hat die prinzessin ja auch mitkommt da steht alles schön stramm ist da erwart raum ich weiß nicht das heißt wenn ich eine truhe finde könnte ich die gar nicht öffnen wir am letzten mal ok bei ihrem blauen weiß war schön stramm stehen leute erinnert mich voll an schloss barona das graces f also unnötig riesig ist hatte seine geste dabei richtiger wir bereiten die falle vor speichert hier bücherregale im rundtafelschloss palastbibliothek ok das ist so viel aber das ist ein Buch sehr wichtiges Buch und viele Bücher und歴史 ich möchte alles aber dieses Buch ist ein sehr lustiges Buch und das ist das in die 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 Et? Das ist der Mann, oder? Das ist so verrückt! Ich wollte euch ja nicht damit belassen. Ja, ist ja immer das gleiche. Eine junge Herrscherin, die wird es nie packen. Der Charakter von Leuten in der Politik wird schnell verdorben. Wenn doch nur alle so ein reines Herz haben könnten wie Alicia. Wir sollten uns lieber entspannen, solange wir noch können. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hässlich werden wird. Nächstes gibt es hier ein paar nette Bücher. Nächstes hat einer hier. Die Ruhe weg. Okay. Sonst kein Aktionsdingen hier, ne? Oh, eins. Ist dieses Buch am Schweben? Ähm, vergiss das. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Hahaha. Die werden dir sowas von entführen. Die werden dir sowas von entführen. Mein Spielklischee 32. dass nie ein hauptkarakter aus den augen die werden entführt vor allem wenn sie prinzessinnen sind soweit wir mit irgendjemanden sprechen da weil wir mit irgendjemanden sprechen also mit diesem badlow was ich typen sobald wir mit dem sprechen wird sie entführt weil sie als geisel was weiß ich irgendwas in der art wird auf jeden fall passieren ich weiß es muss doch die erfolgen oder ich laufe einer wache hinterher die schatten schwer ihr solltet noch mal benutzen und was passiert jetzt irgendjemand aus dem intro davor mein gesichter von ihnen allen an die sind auch so weit vom böse so weit was so weit so weit so weit die 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 Ich zeige euch, hier ist der Matia-Gun-Ktei, der Simon Ritz-Lio-Hakaterin von Highland-Simon-Litz-Lio-Hakaterin, der Nata-El-Zay-Ski, und der O-Hit-Tal-Nai-Mikion, Valtrugan. Ihr seid alle so weit von dieser. Ich bin ein sehr guter Mensch. Geht, ich bin zufrieden. Es ist eine Worte, oder? Es ist ein Worte, oder? Es ist gut, wenn ich mit Alicia auch die Mal zusammen bin, dann würde ich besser gerne sein. Wie ist das mit dem Hinblick auf den Alisabeth? Ihr seid mein Freund. Ich habe mich in die Welt eingezogen. Ich bin ehrlich gesagt, der war ich wirklich beinahe. Ich würde sagen, dass wir es so getrennt. Ich muss mich nicht mehr aufzudenken, sondern ich habe keine Sura-Liefe. Ich muss mich nicht mehr aufzudenken, sondern ich kann es so sagen. Das ist es, dass ich mich nicht zu machen. Ich weiß nicht, dass ich mir nicht mehr als die Sury-Einhaber. Ich kann es nicht mehr aufzunehmen. Ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr aufzudenken. Ich glaube, ich glaube nicht. Nein, das ist gut. Wenn ein Mann mit einem falschen Sprachlager hat, dann wird das eine Waffe. Das ist eine Waffe. Das ist ein Waffe. Ich möchte das jetzt sagen. Ich bin ein Waffe. Ich bin ein Waffe. Ich bin ein Waffe. Ich bin ein Waffe. Das ist ein Waffe. Das ist ein Waffe. Das ist eine Wahrheit, die Menschen, die sich immer wieder anstrengen, und die Liebe aufzunehmen. Ich glaube, dass die Menschen, die Geschwistern sind, sich immer wieder anstrengen. Die Menschen sind sehr glücklich, aber das ist eine Wahrheit. Das war's für heute. Aber das ist das, dass du dein Leben ist. Das ist? Warum? Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns in den Händen. Wir müssen uns in den Händen. Wir müssen die Händen für die Händen der Händen. Wir müssen die Händen für die Händen für die Händen. Das war's für heute. Ich bin ein Freund von uns. Wenn ich meine Freunde bin, dann kann ich die Angelegenheit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Aber es ist nicht wichtig, dass ich die Angelegenheit und die Angelegenheit Die Angelegenheit wird die Angelegenheit in Mörlind. Was ist die Angelegenheit? Wenn die Angelegenheit in der Angelegenheit wird der Angelegenheit wenn ich die Angelegenheit will, wenn ich die Angelegenheit dann kann ich die Angelegenheit auch nicht mehr. Hahaha! Das ist so. Ich habe auch noch nicht gedacht. Das ist so. Es ist so. Es war nicht so. Ich bin ich nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich werde sie auch verabschieden. Ich werde sie auch mit Aliterausen. Warte! Ich bin mir das! Ich bin der Worte. Das ist das... Das ist die Augen von Barthron. Warte! waffelte wachen sehr schön da geht sowieso hier rein los weil wir raus sind wird er irgendwie sagen dass wir irgendwie daran schuld sind sehr doch kommen der ist von bosheit getroffen noch mehr und sitzen immer am tisch schade alter was denn habe ich auch sehen sehen jemanden getötet ja ja Oh, ja. Oh, D-Tube. Das war's. Kau... Das ist eine Runde. Ich muss zu sagen, Valtos-Glief. Ich will nicht die Hörbein. Wir tun das nicht, was wir nicht zu tun. Ich bin mir nicht zu verraten. Warum?! Es ist okay, ich bin kein Verletz. Es ist ein Verletziger. Ich bin immer wieder von einer Runde. dann sage ich doch der hat den tätern folgen genau neugierige katze was wir das und sprechen perfekt würde ich sagen ich bin die partie und wir sehen uns ja nächste folge von let's play tales of systeria ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge